Abwechslung vom trüben Bundesliga-Alltag. Beim sogenannten Weihnachtstag des Hamburger Wegs für Benachteiligte und bedürftige Kinder ließen René Adler und Co. viele kleine Herzen hochschlagen. Neben Autogrammen gab es für die kleinen Fans die ersten Weihnachtsgeschenke. Etwas verfrüht, aber mit großer Wirkung. Der HSV macht diese Aktion schon seit Jahren. So sind wir auch beim Fußball so. Auf dem Platz helfen miteinander und so geht auch ganz normales Leben von Menschen. Und ich finde, dass solche Aktionen sind sehr, sehr nett. Die Stimmung beim HSV und Trainer Markus Gisdol ist vor dem dritten Advent locker, aber konzentriert. Der Trend geht nach oben. Gisdols Idee zeigt Wirkung. Das hat nicht viel mit Wünschen zu tun, wie es zurzeit läuft. Es ist viel Arbeit, die da drinsteckt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Über mein Leben hinweg. Und ja, dass es zurzeit so gut läuft, ist natürlich super. Und dafür arbeitet man, dass es weiter so gut läuft. René Adler war bereits mehrmals an den Weihnachtstagen mit dabei. Die Adventszeit ist für ihn auch Zeit der Besinnung. Man sollte schon da irgendwie versuchen, auch mal ein bisschen zur Entspannung zu kommen. Und ja, jetzt gilt es aber auch auf der anderen Seite Vollgas zu geben, bis zum letzten Spiel vor Weihnachten. Und dann können wir ein bisschen die Seele baumeln lassen, einfach mal durchatmen und dann haben wir noch ein extrem hartes halbes Jahr vor uns. Für Weihnachten haben sie aber noch einen kleinen Wunsch auf ihrem Wunschzettel. Mein größter Weihnachtswunsch, so viele Punkte wie möglich, bis zum Weihnachten zu holen. Tschüssi! Untertitelung des ZB für outrageouses 발생 Мне itf matériel. Vielen Dank.